hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde minecraft 4db infinity mit dem windsteller hallo ja der zweite anfang ich hatte gerade mal versucht mit dick story aufzunehmen aber irgendwie kriege ich da nur 30 frames in ich habe keine ahnung was ich da komplett falsch einstellt daher jetzt noch mal anfangen wie ich war gerade eben im netter da habe ich ein bisschen material gefarmt und ja habe es gerade zwar schon erklärt und zwar will ich silikon machen für refined storage und das kriegen in dem er netter kurz runter brennen und habe noch ein anderes zeugs gefahren diamanten emeralds etc was sehr sehr gut geht weil ich in der zwischenzeit eine lak 3 lak 3 hammer habe das heißt ich habe noch ein bisschen lapis drauf getan und ja das hat relativ viel gebracht wie man auch sieht hier 51 diamanten und hier auch noch ein stack also richtig richtig gut und netter quartz ohne ende und ich würde sagen wir nehmen uns jetzt einfach mal drei stack eisen klatschen den mal hier zusammen hier mit einem stack netter quartz und dann kriegen wir vier stacks und diesen quartz enriched iron was zusammen mit diesem hier mit diesem silikon ich habe irgendwo noch ein bisschen was reingetan hier ist noch ein bisschen genau ich hoffe das reicht jetzt erstmal und zwar wie gesagt ich würde gerne mit refined storage anfangen und ja würde sagen der kontrolle ist wahrscheinlich immer das erste was man braucht dafür brauchen wir dieses ding hier kein problem und und dann haben wir schon mal den controller was ja der anfang des ganzen ist sag ich mal und den schmeißen wir jetzt einfach mal hier oben rein und dann leuchtet das schon mal und als nächstes lasst uns mal gucken ich kenne den mod auch noch nicht so gut daher muss ich mich jetzt auch mal so ein bisschen durchhangeln ich glaube der dieses ding hier war das nächste was wir brauchen wir brauchen sticky pistons ehrlich ähm ähm doof kann ich sticky pistons auch mit silikon machen nein äh das heißt nur mit schleim oder und ich habe hier so ein slime pearl geht das nö auch nicht äh lasst uns mal schnell gucken es wird jetzt wohl hoffentlich daran scheitern dass wir ähm slime brauchen oder slime ball weiß kann man den noch irgendwie craften ah eine slime pearl gibt sechs slime balls okay perfekt dann machen wir das auch so so eins zwei perfekt wunderbar ich habe jetzt schon gedacht das scheitert jetzt an so einer kleinigkeit so diesen hier einmal ähm hä 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 den schmeiße ich jetzt einfach mal da oben mit dran und würde sagen wir pressen einfach mal ein stack davon können wir uns mal kurz hier das torcherino schnappen und äh da einmal dran setzen den größten radius nehmen äh halt vier mal eins zwei drei vier und dann sollte es hoffentlich auch ein bisschen schneller gehen schauen wir doch einfach mal was wir als nächstes brauchen als nächstes brauchen wir ein grid ähm das ist wieder die squads ein machine case den kriegen wir schnell hin äh dann ein construction construction core das ist ein basic processor das ist eisen okay das heißt ich würde jetzt einfach mal nochmal ein stack eisen nehmen äh okay pass auf ich mach mal kurz ein bisschen meine kisten leer auch wenn es da jetzt gar nicht reingehört aber wenn wir jetzt sowieso gleich das storage system haben dann ist mir das eigentlich gleich mal relativ egal und zack zack so ein stack eisen mitnehmen ein stack gold würde ich gerne mitnehmen und ich würde einfach mal ein halbes stack diamanten nehmen und das alles hier durchjagen dass wir mal diese ähm standard grundsachen haben und dann würde ich mich melden wenn das hier alles durchgepresst ist bis gleich und da sind wir auch schon wieder gut ich habe jetzt diese prozessoren hier hergestellt die kleinen und habe die dann auch gleich zusammengepresst ähm funktioniert genauso wie bei applied energetic ein redstone ein geprintetes silikon und ein vorgift oder so ein printed silikon und dann kriegt man einen basic prozessor raus das habe ich jetzt einmal mit diamanten 16 stück gemacht 32 gold und mal 26 basic das sollte jetzt von anfang erstmal reichen hoffe ich ähm wir wollten ja eh machen hier dieses grid da brauchen wir jetzt einen construction course lasst uns mal schnell an eine workbench gehen das ist ein basic prozessor und einmal glowstone und was brauchen wir noch ein destruction das ist ein basic und ein nether quartz müssen wir beides haben wunderbar dann nochmal ein machine casing hatte ich dann nicht gerade eins hergestellt naja egal dann haben wir dieses grid und damit machen wir uns jetzt das crafting grid das ist ein advanced prozessor ein grid und eine crafting table crafting table sollte jetzt nicht das problem sein und das schmeißen wir jetzt auch alles wieder hier oben in die presse rein eins netheralt du unten und du oben und dann lassen wir es schnell zusammen pressen dann kriegen wir das crafting grid raus und das würde ich sagen hauen wir mal hier hin dann kommen wir hin und was wir jetzt natürlich noch brauchen sind festplatten beziehungsweise natürlich das erstes mal festplatten gehäuse das ist ein advanced prozessor ein machine casing und eine oak chest oder halt eine chest dann nochmal zwei davon ist das jetzt echt schon aus ne kann doch nicht sein ne halt ich glaube ich habe das gerade in meinem aufräumen waren hier reingetan so die brauche ich auch gleich nochmal hier ein zweites bitte schön noch dann waren es zwei kisten halt das hier ist doch das plus wird wird denke ich mal auch gehen sehen wir gleich schmeißen wieder alles hier oben rein so so und eins zwei naja macht zumindest was von daher vermute ich mal dass das auch funktioniert einmal perfekt und das zweite ich denke zwei sollten am anfang reichen einmal und zweimal genau er erkennt alles ist alles dran hat alles strom wunderbar gut festplatten festplatten werden auch eine super sache ich würde sagen wir fangen mal mit den 1k storage parts an 28 äh dann gib uns die doch einfach mal und dann würde ich gerne 4k festplatten herstellen äh dazu brauchen wir die 4k zack sechs stück und dann haben wir die ersten sechs festplatten dann lasst uns das doch schon mal hier reinschmeißen na ihr seht passt doch nicht so ganz vom design her aber jetzt müssen wir theoretisch sachen reintun können perfekt woran scheitert es denn daran dass wir nicht mehr 4k herstellen können äh basic prozessoren ok das heißt wir brauchen viel mehr basic prozessoren oh die hatte ich natürlich gerade hier reingetan äh lass mal gucken es gibt doch speed upgrades oh dafür braucht man wahrscheinlich wieder so ein upgrade gehäuse denke ich mal 1 2 1 2 3 4 gehen rein wenn ich es gerade richtig gesehen habe zack zack und ein speed upgrade ist zucker und redstone ok zucker sollte nicht das problem sein 1 2 3 4 einmal da rein dann zucker äh redstone war es und diese dinge hier ne so dann tun wir das natürlich immer gleich rein dann geht es nämlich immer gleich schneller das nächste upgrade so perfekt das das und das ja viel besser vorne ist es da richtig schön gemütlich dann schnappen wir uns noch schnell ein paar basic prozessoren und schau mal also ich versuche auch die folge nicht mehr so lang zu machen weil ich denke 35 minuten sind viel zu lang ähm dass wir das jetzt einfach in Zufall ein bisschen kürzer machen ja super so kann es doch laufen perfekt so 4k 3 Stück ist ja jetzt nicht so viel aber wir kriegen auf jeden Fall nochmal 3 Festplatten 1,2 und können da drüben schon mal die erste reinschmeißen zack äh das da hier wir brauchen dann auf jeden Fall noch ein bisschen Silikon äh hatte ich doch hier auch irgendwo reingetan oder ist das jetzt wirklich leer ich glaube das ist jetzt wirklich leer kann das sein dann ach ne ich glaube ich habe ja noch welche vorbereitet oder ja perfekt lasst uns das noch schnell durchbrutzeln dann holen wir noch schnell Redstone äh hier na komm renn durch zack 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 äh das unten rein das oben rein das ganz oben rein perfekt so damit sollten wir doch erstmal wieder was anfangen können schauen mal haben wir noch ein K Zellen nope nein das fehlt uns das ist aber nicht das Problem äh acht Stück wird uns immer noch nicht reichen wir tasten uns halt langsam vor drei Stück äh ein Glas fehlt uns okay haben wir noch irgendwo Sand und da haben wir noch ein bisschen Sand dann schmeißen wir das schnell nach da oben rein aber ich würde sagen wir können doch schon mal anfangen habe ich keine Axt ich glaube ich habe die in irgendeiner Kiste hier na wenn ich sie ins Inventar legen würde würde es sogar was bringen lasst uns doch einfach mal hier mit anfangen und den ganzen Kram hier reinschmeißen so mach doch die ganze Sache schon viel angenehmer wesentlich weniger Kisten jetzt hoffe ich nur dass alles reinpasst was sagen denn die Festplatten eine ist voll okay also sollte es auf jeden Fall reichen na weil dann können wir nicht auch anfangen hier alles ein bisschen umzubauen und es sieht doch alles definitiv von Anfang an etwas aufgeräumter aus wenn wir dieses System haben das ME-System wird auf jeden Fall auch kommen ich dachte mir bloß wir fangen mit dem an weil wir müssen jetzt erstmal keine Meteoren suchen gut wir haben jetzt direkt einen ums Haus rum das wäre jetzt nicht das Problem aber standardmäßig ist auch kein ME dabei bei dem Pack deswegen dachte ich na komm fangen wir mit dem an was dabei ist und so schlecht ist diese Refined Storage gar nicht also meine Meinung nach und gerade für den Anfang finde ich das ein System was man relativ früh nutzen kann man muss halt einmal in Netta gehen und ein bisschen Quartz holen aber wie gesagt mit Tingers Construct etc. sollte das überhaupt kein Problem sein äh dann machen wir noch schnell die Kisten hier leer auch da ist ja ein Spawner drin deswegen bin ich gerade so ein bisschen langsamer so wieder besser gut einmal alles reinschmeißen zack 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 aber ansonsten noch Kisten nur die die noch draußen ist na halt das nehmen wir auch noch schnell mit irgendwie scheinen Sachen nach draußen geflogen zu sein wie auch immer das funktioniert hat dann lasst uns den ganzen Kram doch auch mal schnell ins System reintun und hier rein tun so gucken wir schnell was haben wir hier noch drin das können wir jetzt auch mal alles raus tun den lassen wir drin das können wir auch alles raus tun perfekt würde ich sagen oder es sieht warum auch immer jetzt habe ich es oder? ne scheint wohl noch ein kleiner Bug zu sein gut da hatte ich hier hinten nicht auch noch eine Kiste genau da ist der Kram drin das nehmen wir auch noch mit wir schmeißen das alles hier rein und ihr seht hier zwei Festplatten schon voll da hinten ist schon eine Festplatte voll daher würde ich sagen um was war das was wir brauchen ein K äh search ein K ein K ein K zack Silikon ist ausgegangen habe ich da jetzt noch welches? jetzt gucken wir mal wie weit wir kommen zwei Stücke das ist nicht so weit nicht so viel kriegen wir jetzt noch eine Festplatte hin damit eins zwei drei vier fünf fünf Stück dann ist das Ding doch schon fast voll brauchen wir nur noch zwei Stück gut aber ich denke das sollte jetzt für uns erstmal reichen ähm ja dieses Ding hier ist noch ein bisschen nervig aber naja gut äh das heißt wir könnten hier mal anfangen also das die Öfen können auch weg also ich nutze die ja im Grunde ja nicht mehr ich würde mich jetzt ganz gerne anfangen mal mit also hier mit Mechanismen die ganzen Sachen die Öfen zu bauen und auch mit Ender I.O. mal anfangen und deswegen komm schmeißen wir das alles hier rein das auch halt zack den Bogen kommen wir auch mal rein den habe ich gebraucht für ein netter und ja sieht doch schon aufgeräumter aus die ganze Bude war gut hier oben passt natürlich noch nicht ich werde das irgendwie nach hier unten holen aber ich denke für den Anfang passt das doch erstmal ähm äh äh F-Tools einen portablen Speicher ich meine das war so ein Ding hier äh zwei, drei was hat noch gefehlt in der Mitte ein Schüssel-Quarz-Block äh Quarz jetzt ist halt die Frage funktioniert der at r rf na rf-Tools diesen hier ja funktioniert und dann hätte ich gern diesen hier ach die bauen aufeinander auf ok pass auf was fehlt uns denn eine Kiste wenn ich es richtig gesehen habe äh chest chest zack ist ja nicht so dass wir spruce wood chests hätten war äh naja egal äh at rf tools zack einmal den hier dann den nächsten dann den nächsten da fehlt uns nochmal ein Quarz-Block und Gold-Blöcke glaube ich waren es oder und Redstone-Blöcke ok äh kein Problem Gold 1-2-3-4 dann nochmal Redstone-Blöcke Redstone oh ha redstone geht uns aus habe ich das Gefühl verdammt mich doch redstone das heißt das reicht uns natürlich nicht weil wir bräuchten ja natürlich neun äh dann lasst mich mal schnell in die Farming-Welt gehen und mal kurz Redstone holen weil ich habe ja hier einen neuen es habe ich ja einen Hammer vergessen ich habe ja jetzt hier auch einen Farming-Gang gemacht so Hammer schwupp dann hüpfen wir mal schnell runter und holen uns ein bisschen Redstone na komm und sobald ich Redstone gefunden habe würde ich sagen sehen wir uns wieder so etwas Redstone haben wir gefunden nicht viel aber für einen Block wird es wohl reichen ähm also ich habe wieder ein bisschen Zeugs gefarmt äh ihr seht schon also Redstone war gerade echt ein Problem zu finden so das tun wir alles da rein die Dinge auch die ich brauche mal gleich die ich tun wir wieder zurück in diese das hier also so ein Hammer der man dem einfach mit Cobblestone reparieren kann ist echt super also ist echt genial so F-Tools ähm hatte ich die Goldblöcke dann gemacht ja aber ein Quarz fehlt noch 1,2,3,4 so das machen wir auch schnell hier drin zack dann haben wir hier diesen 3er Storage machen das hier schnell alles leer schmeißen das rein dann haben wir ein Storage Tablet Modul den müssen wir schnell aufladen jetzt hoffe ich dass man den hier drin aufladen kann jup geht wunderbar 20.000er F und dann haben wir nämlich hier 300 Slots wo man Sachen reintun kann sprich äh wenn wir jetzt hier zum Beispiel Cobblestone haben nimmt ein Stack einen Platz weg das heißt wir können 300 Stacks quasi mitnehmen das heißt wenn wir Farmen gehen haben wir jetzt richtig viel Platz um das Zeug auch wegzutun weil diese Bags hier die sind halt eher so mäh deswegen ich würde auch mal den zweiten hier weg tun und einen würde ich gerne als Werkzeug Bag mitnehmen und ansonsten das Tablet hier nutzen gut hätten wir das auch gemacht und ja ne Query wäre nicht schlecht jetzt können wir uns natürlich überlegen es gibt glaube ich mehrere Sachen Query einmal natürlich können wir diese Quantum Query bauen äh braucht ein netter Star den wir entweder von Witter bekommen oder den wir uns mit diesem Molekular Transformer aus dem Witterkopf generieren lassen können braucht halt 250 Millionen EU und wir brauchen halt Endrods das heißt wir müssen erstmal ins End gehen äh wir können uns mit der F-Tools ähm diese Sharp Cards bauen für Query dafür brauchen wir den den Builder wo wir diese Karten reintun können äh ist auch nicht so teuer äh Builder das wäre dieser hier dann braucht man zwar eine Ender Pearl das würde man aber denke ich mal zusammen kriegen oder was ich bevorzugen würde wären natürlich Mechanismen äh da würde ich gerne einmal diesen Atomic Disassembler bauen ist jetzt auch nicht so teuer und ein Jetpack würde ich gerne davon bauen aber was mich halt jetzt ähm wie hießen der die Dictory äh Moment so viel so viel Items gibt es ja nicht den sehen wir gleich diese komische Spinne wenn ich sehe dann weiß ich es natürlich wieder wie immer äh nein 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 ich muss jetzt mal kurz die Zeilen durchgehen der müsste hier irgendwo bei diesen Sachen mit dabei sein äh sag mal gibt es doch gar nicht ich finde es nicht ja ihr kennt da die das ist die YouTube Blindheit jeder andere hat schon tausendmal gesehen und denkt sich da ist es doch bloß ich finde es nicht ach komm wir können es einfach so machen äh Robert ne geht auch nicht fehlt das Rezept ne das kann ja auch nicht sein ach wie hieß ach Digital Miner Digital Miner da fehlt wirklich hä ist der ausgeschaltet in der Config oder ist der umbenannt worden nö da fehlt einfach das ist jetzt seltsam ok da müsste ich mal gucken ob ich in der Config den deaktiviert habe weil eigentlich müsste er da sein Digital Miner nö fehlt einfach ok das kriege ich aber bis zum nächsten Mal raus ansonsten machen wir es wirklich mit RF Tools wäre jetzt auch nicht so schlimm wir haben mal was Neues zumindest für mich und ja wenn euch die Folge gefallen hat lasst gerne ein Däumchen nach oben ansonsten schreibt auch gerne rein was wir noch machen sollen oder was ich besser machen kann und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dahin erstmal tschüss tschau tschau und bye bye tschö tschüss tschüss